Ein altes Rittergut aus dem 15. Jahrhundert. Ein brandneuer Detektor, der mich in die Profiliga katapultiert und ein wunderschönes Suchgebiet. Ideale Bedingungen also für Folge 3 von German Treasure Hunter, sollte man meinen. Ein Scherfstern. Schon nach kurzer Zeit ziehen dunkle Wolken auf und es beginnt zu regnen. Ein weiteres Problem holt mich wieder ein. Mein heißgeliebter Pinpointer, der sonst immer zuverlässig war, gibt den Geist auf und damit ist ein präzises Arbeiten nur noch sehr schwer möglich. Also Abbruch der Mission. Ein neuer Pinpointer muss her und dann sehen wir uns hier an genau der gleichen Stelle bei der nächsten Ausgabe wieder. Ein Pinpointer ist im Arsch auch übrigens. Ein Pinpointer ist im Arsch auch übrigens. Ein Pinpointer ist im Arsch auch übrigens.